Keine Ahnung, ich kann nicht lieben. Das ist eine... AS-50, so wie es aussieht. Ja. AS-50. Waren hier hin? Waren hier hin? Du kannst ja noch mehr baracken. Ja. Wahnsinn. Waren hier hin. Waren hier hin? Waren hier hin? Ich mach mal meine Bluetooth-Datatur an und setz mich mal auf Sofa und zock ne Runde und kann den Denden der Zeit trotzdem mit euch weiter labern. Rechnik gibt's. Ja, wenn ich Pushte-Button hab, weißt du, Bluetooth-Dat, dass du, Tastatur, 1, 2, 3, Tastatur, kann ich auf dem Sofa sitzen und trotzdem labern. Ja, klar. Und nächsten Monat, da werd ich mir auch ein neues Mikrofon holen, damit ihr das rauschen nicht habt. Aber erstmal will ich gucken, jetzt, der Laptop, was der denn für ein Mikrofon hat, ob das vielleicht gut ist. Weil das ist ja ein teurer Laptop, also muss ja ein YouTube-Mikrofon haben. Hat ja auch ne 3 Megapixel-Kamera. G17. Ah, ich will die Uhr jetzt langsam eine andere Pistole haben. G17. Ah, ich will die Uhr jetzt langsam eine andere Pistole haben. Starsky. Da liegt ne Fahl, liegt hier. Ahst du? Aber, was ist denn hier los? Die backen hier ständig durch die Heizung, wollte ich sagen. Durch die Wende. Nimm mir jetzt das Scharfschützengewehr hier Du blutest einfach Scheiße, ich hab mich doch gerade verbunden Der Typ hat auch Bloodbags, zwei Stück Wie, könnt ihr den jetzt aber immer looten? Aber ich kann den gar nicht looten Du kannst doch auch den Hup-Tack nehmen, ne? Hab ich doch gesagt, dass wir den nicht looten können Kann ich ihn looten? Ja, dann nimm halt alles mit Kann du löst Komm schon Was hat denn da noch? Geil, da hat ein Funkgerät, was ist das denn? Kannst du, kannst du mal hier Deine Waffe Ach du, ne, das ist so Und der hat noch eine MK 48, ne? Das ist wahrscheinlich der, der vor uns hier rumgeballert hat Eine MK 48? Im Rucksack Ah, geil Ah, geil Also nimm ich nur die Munition dir unter Was hat denn da noch? Was hat denn da noch? Oder hast du alles genommen? Warte Munition Also der hat jetzt noch eine Karte Brandschwölzer Brandschwölzer M9 SD Habe ich geschossen? Schießt ihr? Schießt ihr? Achso, jetzt ist das fremdlich Bundy 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 schießt Ich habe noch eine Leiche gefunden Was hat denn da noch alles Tolles? Ich kann schon immer noch nicht reingucken Nein Du stehst ja direkt auf dem drauf Pass auf, der hat jetzt noch eine M4 ohne Munition M9 Magazine Mit einer M9 SD Einmal Morphium Einmal Schmerzmittel Und zwei Verbände Ausrüstung haben wir noch Den Rest habt ihr alles schon genootet Ja Axt, Messer Und Karte Und Streichhölzer Seid schon übelst schweinig Find den und ihr Pulten Äh, Looten Ja, Onkel, willst du die Die M9 haben? Ja, ist besser Ach ne, ist ja wie die M17 Selber genauso stark Ich bin ja wie eine M1911 oder ein Revolver Das ist ja nix hier mit dem Mit dem War da was in den Baracken drin? Äh, AK und so'n Scheiß Wart du in beiden? Ja, ja Na komm Alva Ja, ich bin fertig Und die Leiche die du gefunden hast, Onkel? Da war ja auch nix drin Da hat bloß ne Granate gehabt Da hinten ist nix drin, oder? In dem Wollt ihr Wollt ihr Wollt ihr noch Fleisch mitnehmen? Hier liegen noch zwei Schweine Ich hab genug Fleisch Und du kannst, du kannst sie ja mitnehmen Du hast ja jetzt hier ein großes Backpack Ja, dann mein ich auch Pfff Nimm halt mit Er hat halt bloß gefordert was brauchen Das verzeiht nicht Ich hab jetzt auch, wenns mal eng wird, zwei Bloodbags Was? Was? Juuu Da kommt für mich über achtet Zombie auf uns zugerannt Ich werde auch schon wieder schön verfolgt, aber pfff Ist mir grad egal Ich werde jetzt hier noch die Dinger abgehen und dann werde ich mich ins Bett pfeifen Nicht 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 weiter EpiPen Überall AKs Achso, jetzt wärs cool, wenn ihr mir Schauschützenmunition mitnehmen könnt Also hier M107 Ich war in so einer Baracke drin Hier drin liegt ein EpiPen Wie die Muni hast du denn? Was? Ich hab nur ein Magazin dafür Oh alter, mach das nicht Wie gesagt, in der einen Baracke war ein Magazin drin Ach, ich brauch eigentlich ne Waffen und nicht aufzuzählen, oder? Na ja Habt ihr jetzt, habt ihr jetzt alle Waffen? Pass auf zum Äh Bandy Ich hab Zombies mit Jaja Ich wollt grad sagen, pass auf Zombies Ich hab Bandies dabei Das hättest du aber lieber zu dem Zombie sagen sollen, hm? Hahaha Ja Eigentlich wollte ich mir nämlich hier die M16 holen, aber jetzt hab ich ja was anderes Da liegen überall EpiPens und sind scheisch Boah Ein Raumvoller Verbandszeug Haha So Cool, die infield Könnte sogar meiner sein Da hat's doch aber ganz schön viel Magazin, ne? Ne, ne? Da hat der kann, oder? So Also jetzt würde ich gerade an irgendeinen sicheren Platz und ausschlocken, weil ich war langsam Ich höre mal noch das M17-Magazin, ne? Hier hinten sind noch kleine Magazine, äh, kleine Bunker Ja, bitte Achten wir dann, wo ihr seid? Ja, ich bin gerade noch bei den Baracken, wo du gerade warst, also wo wir uns gesehen haben Ich mein auch Onkel, dass wir dann halt zusammen das machen Wo wollen wir denn hin? Also ich muss sagen... Wir dürfen uns zusammen auslocken Okay Ja, aber ich, äh... Entweder ihr beeilt euch, oder ich muss wegrennen Wir beeilen uns Ich habe nämlich gerade ein... Ich habe eigentlich gerade ein Riesenproblem Ich habe nämlich gerade Ich gehe nochmal schnell in den Tower Und jetzt haben wir natürlich hier